Glück ist ein ganz entscheidendes Element, nicht nur für uns privat, sondern auch für Unternehmen von groß bis klein. Denn glückliche Kunden sind die Kunden, die Wiederholungstäter sind oder die ihre Produkte mit Leidenschaft und Herz wirklich weiterempfehlen. Wie schafft man es also, glückliche Kunden aufzubauen und auch eine Kultur des Glücks innerhalb des Unternehmens aufzubauen? Diese Frage hat sich Tony Schey gestellt in seinem aktuellen Buch Delivering Happiness. Er ist CEO von Zappos und ist bekannt geworden durch die außergewöhnliche Unternehmenskultur, die er aufgebaut hat in seinem Unternehmen. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen war es Amazon wert, einen Milliardenbetrag für Zappos auszugeben, denn nicht unbedingt die Produkte sind so besonders, sondern tatsächlich wie Zappos es geschafft hat, glückliche und zufriedene Kunden aufzubauen. In seinem Buch berichtet er Hintergründe, wie er das geschafft hat, welche Elemente besonders wichtig sind, um glückliche Kunden aufzubauen. Und was für ihn eine ganz strategische Frage ist, warum man vielleicht neuen Mitarbeitern einen Bonus zahlen sollte, damit sie wieder austreten. Denn nur Mitarbeiter, die wirklich bei Zappos arbeiten wollen, sollen auch bleiben. Andere könnten gleich wieder gehen. Oder warum man sich wirklich auf das Thema Glück innerhalb des Unternehmens, als auch in der Kundenkommunikation konzentrieren sollte. Und wie man damit auch nur mehr Geld verdient. Dieses Buch erscheint am 7. Juni, also kommende Woche. Und ich möchte es in den kommenden Tagen verlosen. Ich werde am Wochenende eine kleine Ziehung machen. Einfach einen Retweet an Ed Monty Metzger auf meinem Twitter-Account schicken. Mit dem Hashtag DHBOOK. Und dann kann ich das einordnen. Und ich werde aus allen Retweets dann einen Gewinner ziehen. Und den am kommenden Montag bekannt geben. Das Buch in die Post stecken. So sind Sie am Montag oder am Dienstag früh glücklicher Besitzer dieses Buches. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen. Und für alle anderen wird das Buch dann ab 7. Juni bei Amazon auch erhältlich sein. Delivering Happiness von Tony Schai.